Willkommen zu einer neuen Folge Wer bin ich? Wer bin ich? Und dabei sind Peter und Dr.J Und Bram Ihr bekommt jetzt einen kurzen Zeitpunkt der Möglichkeit mit selber zu raten Weil jetzt ist ein Symbol ertönen Ein Sound ertönen So dass wir kurz die Namen einblenden können, weil die nicht mitmachen wollen Können sich die Namen natürlich angucken Die haben kurz weggeguckt und jetzt gleich irgendwann dürfte noch mal ein weiteres Schöllchen einklingeln So jetzt ungefähr und damit dürften wir dann die Geschichte auch durch haben So und dann fangen wir mal an Wer möchte denn beginnen? Der letztes Mal verloren, er darf anfangen Oh ich darf immer wieder anfangen, diesmal wirst du verlieren Freundchen Ja wenn Bram schon nicht weiß wer ich bin, dann ist das schon mal eine gute Voraussetzung Ich bin real Ja 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 Ich bin männlich Nein Okay Ich bin real Ja Ich bin männlich Ja Ich Lebe noch Nein Okay Das ist so krass, okay Äh, ich, äh, bin fiktional Korrekt Äh, ich bin weiblich Nein 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 Ich bin weiblich Ich bin weiblich Ich bin Mensch Ja Ich bin tot Nein Nee Ich bin schon tot Ja Ähm Ey Ich bin schon tot Okay War ich, warte, 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 warte Bin ich bekannt durch Entertainment-Produktion? Ich auch, ja. What the fuck? Alles klar. Ich möchte auf 12.3 stoßen. In dem Wikipedia-Eintrag. Okay. Deswegen. Auch, ja. Ich misch mich da nicht ein. Ich lasse dir antworten. Okay. Ich bin noch ein bisschen angesackt wegen El Capone. Kann sein. Obwohl wir einen Tag später haben. Aber Peter kennt dich. 100%ig. El Capone fand ich voll nett und du hast dich aber nur dumm angestellt. Ja, ja, ja. Peter wird sich gut einstellen. Ich weiß doch, dass er ein kluger Boy ist. Ähm. Mein ursprünglicher Bekanntheitsgrad ist allerdings außerhalb von Entertainment-Produktionen entstanden. Ja. Für dich nicht. Was? Für dich nicht. Findest du nicht? Für dich nicht. Für mich? Für alles andere höchstwahrscheinlich schon, ja. Also ist das jetzt ein Ja? Das wäre dann... Ich würde sagen ein Ja plus ein Tipp. Weil ich bin auch nett. Okay. Der hat aber schlechtes Gewissen gekriegt. Nö. Kein bisschen. Ähm. Für Peter Weiden sehen. Ohne Spaß, ohne die Tipps würde Peter... Ohne Spaß, ich wusste nicht mehr, wer das ist, ey. Aber gut. Peter kennt ihn. Ja, vielleicht vertue ich mich auch. Peter kommt da gleich in zwei Schicks zu wieder drauf. Erstmal ein Stück trinken. Dann kotze ich. Im Strahl. Für mich nicht, aber ich bin quasi durch Entertainment-Produktion da drauf gekommen. Okay, alles klar. Ähm... Was war der letzte Tipp? War ich... War ich ein Sportler? Nein. Okay. Also. Ich bin männlich. Ja. Ich bin ein Mensch. Ja. Ich bin fiktional, okay. Ja. Ja gut, das war nur... Ja, okay. Ist ja egal. Okay, wurde spinnisch bekannt. Ich bin eine Figur von Bewegtbild-Charakter. Also ich komme mir ein Bewegtbild vor. Kannst du Bewegtbild nochmal eingrenzen? Äh, jegliche Art von Video. Egal ob bei YouTube, in Fernsehen, Filmen. Egal. Also erstmal, ich bin auf Bewegtbild schon mal irgendwo erschienen. In einem Werbespot. Egal was. Irgendwas, was ein Video ist. Klar. Ja. Cool. Ich komme auch in Computerspielen vor. Ja. Puh, okay. Obwohl, ist es ein Computerspiel? Ja. Ja. Ist es. Gut. Ich komme in Computer und Videospielen vor. Hä? Wie du kommst in Computer und Videospielen vor? Was ist das für eine Frage? Das ist doch keine Frage. Ja, dass das halt nicht nur auf dem PC ist, sondern auch auf anderen Plattformen. Alles klar. Äh, ich selber habe das Spiel, in dem der Charakter vorkommt. Was? Was? Peter, kommt er auf anderen Plattformen vor? Ja. Okay. Ich selbst habe das Spiel, in dem der Charakter vorkommt, oder die Spiele, mindestens eins davon noch nie gespielt. Moment, da ist eine Verneinungsfrage, was? Ist das eine Verneinungsfrage schon? Ich habe das noch nie gespielt. Kann ich eh nicht beantworten. Das ist keine Verneinungsfrage. Und es ist ja. Sehr gut. Ein weiblicher, hm, okay. Ich bin der Protagonist des Spiels. Ja. Die Protagonistin, um genau zu sein, ja. Wait. Wie, wait? Nein. Äh, der Protagonist. Ja. Moment. Also, Moment. Ich bin fiktional, männlich, mensch. Ja, du warst gerade verwirrt. Du dachtest gerade kurz, du wärst weiblich. Ja, ich war gerade kurz bei Jay, aber alles cool. Okay. Alles klar. Okay. Also, ich bin Protagonist. Ich habe das Spiel noch nie gespielt. Wait. Das war nicht die Frage. Wie? Ich habe gefragt, ob ich Protagonist des Spiels bin. Das war meine Frage gerade. Nee, das ist korrekt, aber... Und davor war meine Frage, ob ich das Spiel, in dem der vorkommt, noch nicht gespielt habe. Nee. Wie, nee. Doch, klar. Das war nicht die Frage. Die Frage davor. Die Frage hat auf jeden Fall gestellt und da habe ich gesagt, weiß ich nicht. Und du hast ja gesagt, Lena. Nein, du hast gefragt, ob du einen Teil oder eins der Spiele, aber nicht das Spiel. Nee, nee. Die Frage war nicht, ob ich eines der Spiele nicht gespielt habe. Sondern die Frage ist die, ob ich mindestens... Ja, doch, ob ich mindestens einen der Spiele nicht gespielt habe. Ja, richtig. Gut. Aber da ich ja immer noch dran bin, kann ich ja dann fragen, ob ich habe mindestens einen Teil der Serie gespielt. Okay, so. Da weiß ich nicht. Okay. Dann, äh, hm. Hm, 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 hm. Ich komm... Meine Computerspielserie ist ein Mehrteiler. Auch von mir aus Zusammenhangs los. Ich glaube schon, ne? Ja, definitiv, definitiv. Okay. Ich... Ich kann springen in dem Spiel. Ja. Okay, damit fallen tatsächlich schon mal einige Spiele raus. Ich kann... Ich weiß nicht, ob ich schon mal gespielt habe. Aber ich kam auch für den PC raus. Hm. Ich habe mehr verkaufte Exemplare auf den Konsolen. Gut, dass ich nicht so einen Romo ausgesucht habe, ey. Viel Spaß, Peter, beim Googlen. Nein, nein, nein. Die Frage ist eigentlich relativ... Ich würde aber fast Nein sagen. Nein? Okay, krass. Na gut, dann bitte der Nächste. Bin ich dran? Ja. Ah, okay. Ähm, ich bin bekannt. Ja. Ja. Ähm... Mich gibt's irgendwo im Leben, auf der Welt, auf der Erde, in Bewegbildern. Ja. Ähm... Ich bin... Hauptsächlich... Nee, Moment. Mich gibt es... ...im Fernsehen. Ja. Ja. Mich gibt's hauptsächlich im Fernsehen. Ja. 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 Okay, das heißt, ich stehe auch vor der Kamera, logischerweise. Ja. Ja. Ähm... Ich gehöre in die Entertainment-Schiene. Ich würde sagen, ja. Ich würde auch sagen, ja, ja. Ähm... Ich bin... ...unter 30 Jahre alt. Nein. Nee. Ah, es lässt mich wieder zurückgehen. Jetzt ist Peter wieder drauf. Ja. Korrekt. Ich bin schon tot. Was hab ich denn gemacht? Habe ich etwas gemacht, was die Menschen eher... Oder sagen wir mal so. Habe ich etwas gemacht, was der Großteil... Nee, fragen wir mal anders. Bin ich bekannt? Ja, klar. Ich würde sagen, nein. Mehr Menschen... Dich kennen bestimmt mehr Menschen als deine Mutter. Von Menschen bekannt... Bekannt wird. Okay. Das ist nicht so schwierig, aber gut. Ähm... Also... Du kennst ihn. Du kennst ihn. Und... Bekannt... Habe ich etwas gemacht, was die Menschen, die mich kennen, als böse ansehen würden? Ja. Okay. Okay, ich bin ja auch echt Bin ich durch diese eher bösen Taten Nee, Moment, nee, andere Frage Ich finde das krass, dass der Wikipedia-Artikel so krass ausführlich ist Dafür, dass er so unbekannt ist, Bram Tja, bin hast du doch zu fast allen Figuren, die echt mal existiert haben, oder nicht? Dein Artikel ist kleiner Vom Längen Ich bin doch keine echte Figur Wow, okay Dein Artikel ist auch sehr lang Bibi Blocksberg war auch ziemlich lang Habe ich eine historische Bedeutung? Ja Also Tja, also nicht welt-historisch Aber Dich gibt's in gewissen Geschichtsbüchern wird's nicht bestimmt irgendwo geben Boah, Alter Jay, für die Frage ist doch Punkt 11 perfekt Warte Ja, oh wow Guck mal, geil Historische Bedeutung heißt der Punkt Ja, guck mal Ja, auf jeden Fall Hier Nach dem Komma, Bram Ja, also Das wäre ja Also Historische, riesige Persönlichkeit, Peter Habe ich Habe ich Deutsch gesprochen? Ich gehe mal von Nein aus Okay Bitte alle Zuschauer In die Kommentare zu schreiben Bei welcher Minute Sie Peters Charakter hatten Für alle die, die mich richtig mitspielen Interessiert mich einfach mal Gut Äh, bin ich dran? Ja Okidoki Ähm Männlich Mehrteiler Ich spiele in einem Mehrteil Oder habe logischerweise In mehreren Teilen mitgespielt Tja Ja Jetzt stellt sich die große Frage Von meiner Serie Werden aktuell Und aktuell ist so Plus minus ein Jahr Von jetzt angesehen Keine neuen Spiele hergestellt Eine Verneidungsfrage Wenn ich das richtig verstehe, oder? Habe ich nicht gesagt, oder? Doch Von dir werden nicht mehr Spiele hergestellt Ich habe gesagt Von mir werden keine Spiele mehr hergestellt Okay Kommt mir vor wie eine Verneidungsfrage Aber von mir aus Moment Warte, 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 warte Was ist denn die Gegenfrage? Okay, Moment Dann, dann von mir Okay Hier wird ein Spiel hergestellt Also gut Dann halt von mir Werden noch aktuell Plus minus ein Jahr Oder zwei Jahre Oder so halt Jetzt gerade halt irgendwie Ich bin noch In der Entwicklung Mich gibt es noch Als Marke Ich bin nicht tot Nein Nicht, okay Deswegen sind so Verneidungsfragen Halt auch fies Weil man halt versucht Die Nines zu umgehen Aber deswegen Verbietet man sie ja Ob du das Nein gekriegt hast Stört jetzt nicht, Peter Ich werde vor dir fertig sein Ja, das glaube ich wohl Das ist halt die Sorte Jay wieder Der ist halt nachtragend Obwohl er vernünftigen Charakter gekriegt hat Ja, Jay, du bist dran Ähm Ich bin auch jetzt noch Interessant Für Leute Vor der Kamera Also ich Meine Zeit Ist nicht zurück In dem Sinne Also Ich bin noch Vor der Kamera Aktiv Ich würde eher sagen Nein Oder Gute Frage Also ich meine auch so Wenn du ganz unten scrollst Unter dem Punkt 3 Wenn ich mir so da Die Daten angucke Würde ich sagen Nein Nein, oder Ich würde auch eher Nein sagen Vielleicht kommst du Mal irgendwo vor Oder so Aber du bist Aber deutlich Irrelevanter Ja Ja Okay Was gibt es hier so für böse Menschen War ich politisch aktiv Keine Ahnung Ich mache jetzt immer das Geräusch Und dann sage ich Keine Ahnung Ja So genau kenne ich das jetzt auch nicht Seine 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 Politische Wirkung Aber Ich sage mal so Du bist Ich glaube nicht Main Politiker Du bist kein Hitler Oder so Sondern Naja Naja Ich würde sagen Du warst mal wählen Nehmen wir das mal als Nein Ja Okay Eine Spielereihe Die Vielleicht irgendwann auch mal ausgegraben wird Aber aktuell zumindest nicht relevant ist Okay Ich bin männlich Ich selbst habe das Spiel nicht gespielt Äh Zu mir gibt es auch Filme Die Mindestens auf DVD Oder halt Höher Niveauvoll herausgekommen sind Wie Blu-Ray Oder DVD Äh Äh Hier Kinofilme Oder so Die Scheiße Nein Nicht Okay Schade Hätte das sein können Ich bin Älter als 50 Äh Oh Gute Frage Mal kurz nachrechnen Und dann würde ich wieder sagen Ja Aber das rechne ich lieber immer wieder nach Und voilà Äh nein Bist du nicht Tja Vielleicht nachgerechnet hat Okay Ich bin zwar schon 355 Jahre alt Hä Wahrscheinlich eine Versenkung Eieiei Eieiei Hila du bist drin Ich weiß Ja stimmt Boah ich bin mir einfach zu tun mit dem Rechnen Okay ähm Okay okay War ich Mafiosi Na Was da Also Ich bin der Gute Äh ja Immerhin Ich bin der Gute Das erste Spiel mit mir wurde in den 90er Jahren herausgebracht Ja Okay Ich bin der Gute In der mittlerweile Klassiker Hm Wobei ist das ein Klassiker Ich bin Also mich würde man als allgemein schon als Klassiker bezeichnen Ja oder Ja auf jeden Fall Definitiv Definitiv Okay Hm Meine Spiele hatten schon Sprachausgabe Irgendwann ich frage anders Mein erstes Spiel hatte schon Sprachausgabe Peter Ähm Gib mir ne Sekunde Musst du jetzt ein Bin mir ziemlich sicher Aber ich werde das sicherheitshalber überprüfen Ähm Warte mal ganz kurz Kann ich mich auch nicht anders vorstellen Äh Ich muss mir kurz ein Video davon raushauen Deswegen dauert das jetzt ganz kurz Kein Problem Peter Das ist okay für mich Das heißt Peter hat das auch nicht gespielt Vielleicht erinnert er sich einfach nur nicht mehr dran Wow Ob in dem Spiel vertont ist Echt Peter war so die letzte Quiz nicht mehr die er gespielt hat Kein Äh Kein Keine Sprachausgabe Nein Keine Sprachausgabe Keine Sprachausgabe Alter Okay gut Das ist der Shit Das ist jetzt echt der Shit Hätte ich jetzt auch nicht gedacht Ähm Ich bin Deutsche Ja Moment Moment Wie war nochmal Länder definiert Wie waren Länder definiert Ja ich mein Deutschland Ne ich mein Wann war nochmal Wann war nochmal Deutschland Deutscher Staatsbürger Achso Besitze die deutsche Staatsbürgerschaft Ja du bist Du bist Deutsche Ja auf jeden Fall Ja Findest du Wann Ja klar Ja aber Hä Warten jetzt Ja aber Ja ich Das heißt aber nicht für mich Dass die eine deutsche Staatsbürgerschaft hat Also das ist eine Frage Die kann Ja okay Also Peter sagt ja Ich sag ich kann nicht beantworten Peter rächt sich auch schon Alles klar What the fuck Ich hab dir den Namen nicht gegeben Achso Okay Stimmt Okay also darf ich jetzt weiterfragen Ja also ich wollte jetzt nicht irgendeine Frage Das heißt ich Ich sehe aus wie ein Ausländer Also ich Beziehungsweise ich habe wahrscheinlich dann ausländische Eltern Teilweise Teilweise Also vielleicht ein Elternteil Ja Gut Ich war Host einer Sendung Ja Ich Also ich war Also die Sendung gibt es nicht mehr Ja Stimmt ist ja logisch Ähm Hm Hm Boah Ne Die hat Bram mir nicht gegeben Warte mal Äh Ich war in Talkshows unterwegs Äh Damit meinst du diese Mittagssendung War Ja so scheiß Mittagssendung Dann würde ich sagen Nein Warum sagt Peter wieder ja Na Du hast nach Talkshow gefragt Weil Peter Talkshow anders definiert als wir beide Ja Laut Wikipedia ist das eine Talkshow Ja das stimmt Aber Jay meint diese Mittagssendung Wie Wie Britz am Mittag Und schieß mich tot Okay Und Da sag ich halt Nein Okay Dann bin ich wieder dran Okay nochmal kurz Um den Zuschauern meine Gedanken zu erklären Ja Ich dachte am Anfang an Zena Wer Aber Den Ähm Den Formel 1 Piloten Oh Fuck Knapp daneben Ist auch vorbei Ja als du sagtest Ich kenne den nur durch Entertainment Produkte Ähm Dann wurde es bekannt Dass er böse ist Deswegen habe ich gefragt Nach politischer Aktivität Das wurde verneint Also du kannst kein Terrorist sein Denn die handeln ausschließlich aus politischen Gründen Dann habe ich gedacht Okay bin ich vielleicht Pablo Escobar Äh Weil ich den durch die Netflix Serie kenne Den kenne ich auch nicht sein Weil der ist Mafioso Ähm Natürlich traurig Ja Richtig Ich traurig Aber scheißegal Was du fragst Du wirst dann nie noch bekommen Weil der einfach ein Mixer ist Achso Ähm Okay Äh Was Böses gemacht Ähm Ist es Eine große böse Tat gewesen Ne Okay Die Spielserien In der ich auftrete Der erste Teil davon Den gab es schon in 3D Nein Also wir definieren 3D auch gleich oder Also nicht so 3D Brillen mäßig Sondern halt so 3D mit seiner Ja ja klar Äh Auf jeden Fall Wir definieren 3D gleich Okay Alles klar Boah Gab es nicht in 3D Weiß nicht aber Okay Dann muss ich jetzt nochmal nachfragen Ich bin auf so Talkshows gewesen Wie Die abends laufen Ja Oder was ist Okay Also sowas wie Maischberger Anneville Äh Bla Und so ein Scheiß Solche Sendungen So politische Sendungen Was ist jetzt deine Frage genau Dass ich bei solchen Sendungen Der Host war quasi Oder beziehungsweise Moment Nicht der Host war Sondern dass ich auf solchen So was war Definiere solche Keine Ahnung Also willst du jetzt rein auf politische Sendungen hin Oder nicht Ist es Sind es Polit-Talkshows Dann nein Nein Okay Was gibt es denn noch für Talkshows abends Na gut Okay War ich 1950 noch am Leben 1950 1950 Nein Okay Okay Ein Teil meiner Serie existiert in 3D Ja 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 Warte Setz einen mindestens davor Und dann beantworte ich die Frage mit Ja Ja okay Mindestens ein Teil der Serie Von mir gibt es in 3D Ja Okay Ich bin Ich gehöre zu den Shootern Ja Oh what the fuck Wenn mein erster 3D war Wobei Hm Zählte Doom schon als 3D? Doom ist so ne komische Mischung Würde ich sagen Hättest du das schon als 3D gezählt? Peter Warte mal Ja Aber okay Du hast ja gesagt Du bist der Boss Ähm Ist auch ja Also Okay Kannst du die Frage nochmal wiederholen? Ich wollte eigentlich von dir wissen Ob du so ein Spiel wie Doom Als 3D Spiel schon gelten lassen würdest Ja hätte ich glaube ich auf jeden Fall Okay 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 Also der erste Teil Boah Alter Wie haben die dann gespielt? Das heißt der erste Ich hoffe jetzt einfach mal Dass die logische Konsequenz ist Dass der erste Teil der Serie Dann aus der Top-Down Perspektive gespielt wurde? Falsch Hm Hm Uff Boah okay Ja gut Boah Okay Hm Das heißt ich war Abends in so scheiß Sendungen Eingeladen Die abends liefen Als Gast Bestimmt schon mal Okay Ja Irgendeine Talkshow muss es ja sein Du wirst irgendeine Talkshow sicher mal als Gast dabei gewesen sein Ja Okay Ähm Ich war der Host einer Sendung Die Sendung lief auf den Privatsendern Ja Ja Und ich war Hm Ist denn dieser Host Von dieser Sendung Mein Haupt Bekanntscheits Scheiß Was Bin ich dadurch Ja Bin ich dadurch Quasi bekannt geworden Durch diese Sendung Oder habe ich die später halt Sozusagen bekommen Oder was auch immer Ich würde sagen Du bist nicht dadurch bekannt geworden Dennis Was würdest du sagen Ich würde auch nicht sagen Also ich würde auch sagen Du bist nicht dadurch bekannt geworden Also nein Okay Kommen wir uns durch zu mir Okay Ah Mir Böse Sachen Und ich war 1950 schon tot War ich Warte Habe ich etwas Mit einem Weltkrieg zu tun Nein Okay Okay Vergangen Ich bin ein Shooter Der nicht aus der Topdown-Testik Die wohl nicht 3D war Der erste Teil Ich bin gerade so hart Verwirrt Aber gut Ich versuche mal auf einen anderen Teil Der neueste Teil der Serie Kam in den 2000er Jahren raus Also 2000 Null bis 2009 Äh Ja Ne warte Lass mich ganz kurz nachgucken Ich hätte jetzt nein gesagt Ich bin gerade Berutscht Macht ja nichts Scheiß Kannst gerne nachgucken Weil ich dafür eine Info kriege Ne Tatsächlich ist die Antwort Nein Die Antwort ist Nein Okay Okay Meine Hauptblütezeit War Ebenso die 90er Jahre Bei meinem Bekanntheitsgrad Würde ich auch so sagen Da war ich deutschlandweit bekannt Ja Jo Auf jeden Fall bekannter als Peters Charakter Ich denke dass Peter auch zu einer Gewissen Zeit sehr sehr bekannt war Ähm Hm 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 Was könnte man denn noch fragen Privatsender RTL Moin kurz nachgucken Ja Ja Okay Okay Wie weit mit Sex zu tun Ja Ja Erika Berger Nein Dammit Okay ich bin nah dran Wer zum Teufel ist Erika Berger Ach Alter Ich bin Nadel Okay Hab noch Zeit Cool Okay Ich hatte nichts mehr Ähm Böses gemacht Okay Habe ich etwas Moment ich war ja auch echt Habe ich etwas mit Religion zu tun Ne Okay Okay Mein letzter Spieleteil Kam nach 2000 Also nach 2009 raus Ja Okay Von meiner Reihe Gibt es mehr als Drei Teile Ja Boah Der Bermsack Alter Welche Reihe Welche Reihe ist denn so riesengroß Dass der erste Teil Noch kein 3D war Alter krass Das hat sogar mehr Spieler Fett Okay Mhm Wo haben wir das nie viel jetzt played Oh Wo habe ich jetzt nicht erzählt Hahahaha Ähm Du weißt nicht Ob ich das mal gespielt habe Tja Ich Hatte Keine Sprachausgabe Aber Dann wahrscheinlich Irgendwann schon Hahaha Ich war Oder ich bin Ähm Für Generell Irgendeine Organisation Tätig In dem Spiel Ja ja klar Eine Organisation Ja Scheißegal Also für irgendwas Also ich bin halt Keine Ahnung Weißt du James Bond gehört halt zum MIS-6 Und Und Äh Ja Okay Wenn du sowas als Organisation siehst Dann ja Klar Auf jeden Fall Okay Aber sowas von Ja wie gesagt Dann fallen zum Beispiel so Leute wie Riddick zum Beispiel ja raus Weil der arbeitet halt für sich selbst Weißt du Weil andere Leute abschlachten Ja okay Okay Ich arbeite für eine Organisation Ich Boah Leck mich am Arsch Dafür hier oder Jay hat Eins der Spiele mal gespielt Nein Okay Peter was meinst du Ich glaube auch nein Okay Jay Darf's lösen Ähm Tja Soll ich schon so genau fragen oder nicht Ich muss nochmal überlegen Also Nadel würde passen Bislang Äh Ja komm Ich hatte schon mal Sex mit Dieter Bohlen Ja Okay Sehr gut Dann kann ich nur Nadel sein Nadja Abdel Farag Nein Echt jetzt Echt jetzt Echt jetzt Alter bin ich Verona Fuckin Alter Alter Ich muss noch aufgeben Peter Wenn das dir zu schwer ist Äh noch nicht Ähm Kann ja noch Sachen fragen Bin ich in den Entertainment Produktionen In denen ich vorgekommen bin Als Bin ich da selber vorgekommen Oder wurde meine Rolle Achso Moment Äh Moment Bin ich da selber vorgekommen Wie bin ich da selber vorgekommen Als Person Also du bist da rumgelaufen Oder was Ist das deine Frage Dann nein Warte 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 Äh Jetzt würde ich generell eine andere Frage nennen Peter Weil Jay hat die schon beantwortet Müssen wir sagen Weil deine Frage war eine andere Lebst du noch Peter Ich überlege gerade Okay Ich wollte nur wissen Und vielleicht hast du einen Schlagabfall gekriegt Vom Stuhl gekippt oder so Komm Rollator In den Entertainment Produktion Durch die ich auch auf die Person gekommen bin Ging es da um mich In der Entertainment Produktion Ging es Hauptsächlich Nicht Um dich Sondern du warst Eine wichtige Rolle Aber nicht Es ging nicht Also Nein Du warst Nicht die oberwichtigste Rolle Aber Ja Bist du der Hund aus einem Legend Pass auf Der Hauptcharakter ist verwandt mit dir Noch mal als Tipp Okay Gut dann frage ich jetzt Peter hat das Spiel schon mal gespielt Eins der Eins der Also irgendeins Tatsächlich nein Haha Boah krass damit fällt so viel weg Und Das ist halt schon über jetzt Okay Dann bin ich wieder dran Oder Ja Alles klar Meine Show hieß Veronas Welt Ja Ich bin Verona Poth Ja Das klappt Ja man Sehr gut Sehr schön Ich hab schon den nächsten Für Peter rausgesucht Den er sein kann Kennst du die Also meine Meine Hab ich auch noch nie gehört Ich Wurde In den Entertainment Produktionen Von einem Schauspieler gespielt Nein Okay Ein Spiel Was ihr beide nicht gespielt habt Und bei mir wisstet nicht Und ich dann dementsprechend Wahrscheinlich auch nicht Du kennst es aber hundertprozentig Erzählst du den Ja Da dachte ich mir schon Dass er euch was aussucht Ob man hundertprozentig kriegt Also Dass man so was abgefucktes nimmt Wie Jay Hätte ich bei Peter halt nicht gedacht Peter kennt den hundertprozentig So Wenn nicht dann hat er halt selbst verkackt Aber Ich mein Allein schon diese Tatsache Dass ihr die beide nicht gespielt habt Ist ja schon mal ne riesen Hilfe Weil damit fallen ja unfassbar viele weg So Jetzt muss ich mich nur auch besinnen Welche verkackten Spiele gab es denn Die Shooter sind Und die unfassbar viele Teile haben Und dann kommt mir in den Sinn Dann gab es nicht so viele Teile Die ich nicht gespielt habe Und dann kommt mir so auf Anhieb In den Sinn Sowas wie Killzone Vielleicht Halo Wobei ich glaube Peter hat schon mal Halo Klar Peter hat auf jeden Fall schon mal Halo gespielt Wahrscheinlich irgendwas für die Wobei Der erste Teil kam Hauptsächlich für den PC raus Hm Und der letzte Teil ist nach 2010 entstanden Der letzte Teil der rauskam Kam War Wurde auf den Konsolen viel mehr verkauft Als auf dem PC Lass mich das überprüfen Ich würde sagen ja Aber lass mich das überprüfen Okay Aber dann heißt es trotzdem Wir gehen tendenziell in irgendeine Richtung Von Konsolenspielen Da habe ich natürlich schon mal Eher auf Lost Ground Was gibt es denn da noch Jedes Spiel wird da mehr verkauft Als auf dem PC Ja Also generell so meine ich Wird nicht generell jedes Spiel mehr Auf Konsolen verkauft Als auf dem PC Ja es hätte ein Spiel sein können Was quasi auf der Konsole Nicht so richtig verkauft wird Oder irgendwie viel später erst Weißt du sowas wie Diablo Der letzte Teil Wurde auf den Konsolen Mehr gekauft Als auf dem PC Okay Not vor geht Schatz Okay Ja gut Der letzte Teil Kam Schon für eine Next Gen Konsole raus Nein Boah Ist es das Der letzte Teil Ja Okay Okay Ja gut Entertainment Produktion Ja ich denke Das ist die Ja damit Kommst du am ehesten Da drauf Aber Das Interessante ist ja offenbar Dass ich nicht vor der Kamera rumlaufe Ich nicht vor einem Schauspieler gespielt werde Aber du da eine wichtige Rolle drin spielst Trotzdem eine richtige Rolle spielst Genau Eine wichtige Nicht eine richtige Eine wichtige habe ich gesagt Eine wichtige Ja genau Achso Ich komme da gar nicht vor Ähm Ähm Ja Warte Ne Moment Ich muss Ich versuche gerade Ähm Ähm Wie Reden wir Über Ffff Ein Film Oder Film Mäh Au Also Eine Oda-Frage War Kann man die nicht mit Ja oder Nein beantworten War Das stimmt auch Ja ne Moment Ähm Ja nein Ich will nicht wissen Ob es Ein Film ist Oder Reden wir Ich will Wenn es dann geht Reden wir über das Medium Film Nein Also Wir beide die ganze Zeit Eigentlich nicht Okay Es gibt aber Es gibt keinen Film Von dir Okay Über dich Doch Nein Lies dir doch mal durch Also Also Ja Ich finde Das hier Ist ganz klar Ein Film über die Person Ah lol Okay Ja gut Auch wenn das vollkommen irrelevant ist Aber nur Okay dann gibt es einen Film über dich Weil die Frage dann anders beantwortet wird Ne gut okay Ja Gibt einen Film Aber darüber kennst du ihn nicht Darüber kenne ich ihn keine Sau Kenne ich ihn über eine Serie Naja Also Boah Jetzt kommen wir nicht Wo Bram kommt Gibt es noch eine Serie Ja Tatsächlich Und zwar Pass auf Und zwar Da Loll Ja Peter Sorry Gibt leider auch eine Serie Also Das halt nochmal Okay Von daher Bist du sogar in der DDR Ausgestrahlt worden Ja ja Kenn ich ihn Über Bücher Ob du ihn über Bücher kennst Also ich weiß es nicht persönlich Ich vermute Ein bestimmtes Medium Das du noch nicht genannt hast Und deswegen sag ich nein Also das ist Abgrund Also das ist zu 95% wahrscheinlich Dass du ihn über ein anderes Medium Kennen könntest Kennen musst Okay Okay Tja Wenn nicht Dann hat Peter halt nicht aufgepasst Dann ist er selber schuld Okay Hört mir im Arsch Äh Ja Boah Stimmt genau Ich arbeite für eine Organisation Er hat ja nicht ohne Grund gefragt Wie lang soll die Folge gehen Wird ihm auch so eine Kacke geben können Wie Verona Poth Wäre immer schneller für dich gewesen Meine Story Spielt In der nahen Zukunft So gefühlt Alter Gefühlt wahrscheinlich schon oder Gute Frage Gefühlt wahrscheinlich schon Auch wenn es genauso gut Jetzt halt sein könnte eigentlich So ungefähr Also wahrscheinlich eher in der Zukunft Ja Ich sag mal ja Okay In meiner Serie Moment Die Handlung spielt im Jahre Äh Hahaha Nein Warte Was meinst du Ja aber Guck Gefahr Zukunft Ja von welchem Teil spielt denn die Handlung In dem Jahr 91 Ja dann spielt er doch quasi In der nahen Zukunft Aus der Perspektive oder Okay Ja alles klar Okay Gut Gut Alles klar Gibt es in meiner Spiele Serie Aliens Ja Okay Bleib mich am Arsch Ich werde auf Steam vertrieben Äh What the fuck Ist nicht Half-Life Sonst hättest du ja direkt Jakasa Scheiß War der erste Teil von Half-Life nicht 3D oder was Du bist tatsächlich auf Steam vertrieben ja Boah ich werde auf Steam vertrieben Bei mir gibt es Aliens Ich werde auf Steam vertrieben Alter so richtig viel Alter wow Gibt sogar alle Teile oder Kommt mir so vor Ja Wenn ich die Rezension lesen Ich bin ein Mann Ja Ich bin nicht Samus Aran Sehr positiv Okay Korrekt Ähm Sehr positiv Boah Ich werde dargestellt In einem Wie hieß das Letztens Live Real Look Also nicht 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 in Comic Grafik Hier So ein echt Look Ja würde ich sagen Wie zum Beispiel Tom Brider auch Oder Call of Duty Oder so Das wird nicht so Gezeichnet Okay Okay Boah Alter der erste Teil Sieht ja richtig geil aus Alter Vater Ich bin ein Third-Person-Shooter Heutzutage Nein Nicht Okay Ah da bin ich ja wieder Okay Alles klar Was haben wir Ich kenne Okay Was haben wir denn noch nicht genannt Wir hatten Filme Wir hatten Serien Ähm Okay Kenn ich Die Person Aus Videospielen Ja Okay Geil Ich habe tatsächlich gelebt Ja Also zumindest laut 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 Wikipedia Ich beruf mich mal da drauf Kenn ich die Person Aus Action spielen Ja Ja Würde ich sagen Okay Gibt es mehr als ein Videospiel Über diese Person Moment Beziehungsweise wo die Person vorkommt Ich würde sagen ja Okay Gut Dann ja Habe ich davon allerdings nur ein Videospiel gespielt Ne Da sind sogar mehr gespielt Krass Okay Welche verfickte große Videospielreihe gibt es Die zumindest Viele viele Teile hat Ich bin kein Third-Person-Shooter Ach ja stimmt Da steht das ja sogar Dass es da mehrere Teile Darüber gibt quasi Okay Ich falle aber unter die Kategorie der Shooter Also okay Dann bin ich ein Ego-Shooter Ich bin da ein Ego-Shooter Ja ja Okay Ja die Fresse Ich bin ein Ego-Shooter mit Aliens Mal erstmal gucken wie das Geil das aussieht Heißt meine Serie Halo Nein Konnte auch nicht sein Aber mir fühlt grad nix anderes sein Okay Benutzer definierte Text für dieses Produkt FPS Wow Alles klar Hab den Tipp gegeben Bram War ich kriminell Ja Also Die Person die wir suchen ja Genau Ja Die hat würde ich sagen Kriminelle Sachen gemacht Ist sie dafür belangt worden Warte Mich über jeder Frage In den Wikipedia-Artikel Durchlesen müsste Weißt du Ja wahrscheinlich Äh Das weiß man offenbar nicht Okay Krass Daran bist du also gestorben Also bist du zumindest Nicht hingerichtet worden Aber ich bin Die Frage war ja Ob ich belangt worden bin dafür Also ob ich geschnappt wurde quasi Oder generell irgendwie Das kann ich dir gerade noch nicht sagen Frag mal weiter Okay Der Protagonist Der Spiele Ist mit mir verwandt Ja Der hat J.D. Den hat J.D. ja schon gegeben Richtig Ich wollte das nur nochmal Überprüfen Das geile ist Dass ich große Probleme Darüber Daran Dabei habe Spiele zu denken Wo es um Echte Personen geht Ist der Protagonist Der Spiele Hat der Hat der Auch mal gelebt Nee Glaube ich nicht Er ist erfunden Okay Ich bin Ein First Person Shooter Es gibt Aliens Ich bin Mich gebe sowohl in 3D Als auch in einer noch Nicht geklärten Art und Weise Von Darstellung Und von mir gibt es Mehr als drei Teile Was fällt mir dazu ein Dazu fällt mir ein Ich bin Serious Sam Nein Auch nicht Schade Aber Nicht verkehrt Okay Habe ich übrigens gespielt Serious Sam Mega crazy Haben wir sogar gemeinsam gespielt Alle Mann Ähm Diese Spiele Ja Habe ich die Noch Innerhalb der letzten Fünf Jahre gespielt Ja Ich lass Alles verantworten Wir haben eines dieser Spiele 2014 oder 2015 raus Boah Boah es ist Warte ich muss mal kurz Bram fragen Was er dazu sagt Dann würde ich ja sagen Ja der ist natürlich richtig Arschloch Also Was soll man sagen Bram Ich bin da Du bist in charge Ich bin in charge Okay Was Stell bitte nochmal die Frage Damit ich dementsprechend auch meine Antwort hier vernünftig geben kann Jetzt ändere sie nicht Okay Okay ich ändere sie jetzt nicht Kam eines der Spiele Wenn wir die ganze Zeit geredet haben 2014 oder 2015 raus Nein Aber Ein Remake Also Deswegen frage ich halt Okay Haben gefragt Also Das Main Spiel Was da Weißt du So rauskam War nicht 2014 2015 Ja Aber das gab tatsächlich ein Remake Okay 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 Es gibt bei mir Aliens Und ich bin logischerweise nicht serious Welche verkackte Spielreihe gibt es noch Die wir nicht gespielt haben Was habe ich denn nicht gespielt Von dem ich weiß Dass es Spielreihen gibt Wovon die natürlich auch First Pursor Also Doom habe ich gespielt Doom hat sicher auch schon mal Jemand von euch gespielt Außerdem ist der erste Teil der Serie 3D Was Doom Nein Äh Hat gewählt denn noch Killzone habe ich noch nie gespielt Peter hat Killzone schon gespielt Alles klar Äh Gibt es noch Peter hat auch mal so fiese Sachen Wo man echt nicht drauf kommt So schnell Was eigentlich schade ist Weil das eines der bekanntesten Videospielfiguren der Welt ist Ja Also wie der berühmteste Verbrecher der Erde Ja ist ja auch so Ja Ich könnte Ich bin Ego-Shooter Bin ein Mann Mehr als zwei Teile Ich arbeite für eine Organisation Bin ich ein Geheimagent? Ne Also nicht wirklich Ne Okay Also Snake Splinter Cell fällt auch alles weg Schade War ich ein Psychopath? Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen Dass der Psycho Kann man nicht beantworten Aber du bist nicht Du bist kein Hannibal Glaube ich War ich ein Mörder? Ne bin ich nicht dran Achso sorry Huch Äh Entschuldigung Ihr habt absolut recht Ja ich wusste nicht Weil kann man nicht beantworten Dachte ich halt Okay Darfst du nochmal fragen? Darfst du nochmal fragen? Klar Ja Weiß ich ob der psychisch gestört war Keine Ahnung Sag Die blöhmste Person Die blöhmste Person die du kennst Da achte ich immer auf Ja Weiß ich ob Al Capone psychisch gestört war Ne aber Peter hätte das gewusst Peter hat den ja ausgewählt Ich frage mal weiter War ich ein Mörder? Mir ist mit Sicherheit schon mal jemanden gekillt Okay Auch das weiß man offenbar nicht Interessant Lass mich doch mal gucken Tja Boah Aber natürlich diesen mini ganzen Wikipedia Artikel erstmal durchlesen Also ich würde sagen du hast schon mal jemanden gekillt Ich gehe auch davon aus Keine Ahnung Weißt du hat Al Capone jemanden mal umgelegt? Ja Davon gehe ich mal aus Weißt du So müsste man halt auch nachlesen Naja keine Mafiosi Okay War ich ähm War ich War ich 1910 schon tot? Ja Okay Interessant Damit fallen alle raus die Peter noch im Kopf hatte? Ähm Habe ich Überhaupt Moment das ist dämlich War ich 1810 schon tot? Ja The fuck Lebte ich Im Ne warte Lebte ich Während einer vierstelligen Jahreszahl Ja Okay Das ist interessant Also ich stelle mich einfach nur dumm an Ich stehe einfach mal ein Wichser Richtig Ähm War ich Diesmal war ich vielleicht nicht der Netteste Das stimmt Du musst einfach pissen und sautchen Du kannst das nicht ab Dass andere dich übertrumpft haben Ich fand El Capone halt auch nicht nett Ich fand El Capone viel nett halt Ich hab zumindest darauf geachtet Dass jeder die Person kennt Äh Aber gut Ist egal Ich will mich gar nicht beschweren Ich bin ja nicht so wie du Ähm Ja 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 Ich trink auch ein Schlückchen Aus meiner Peet-Sweet-Tasse Ja Aus der Tasse schmeckt es echt doppelt so gut Oh ich hab hier auch zufällig noch einen rumliegen Aber leider ist mein Tee leer Oh 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 ich halte das auch mal in die Kamera War ich während meiner Äh warte mal Beste ist übrigens Ich muss mich wieder über das Spiel daran nähern Das sind meine Von gestern Von den letzten Teilen Die Was ich mir aufgeschrieben hab Das sind von heute Geile Sauklaue Ähm Ja ich würde mich auch über das Spiel nähern Hängen die Obwohl wenn du wüsstest Wo ich Wenn es wegen der Böse war Würdest du auch vielleicht weiterkommen Aber Ja okay Wenn dir halt noch was einfällt Ich glaube das Spiel hilft dir mehr Okay Vielleicht haben wir halt noch nebenbei so Voll viele Fakten einfach zu dem durch Ja ist auch interessant ne Dadurch lernt man erstmal Äh Viele tolle Sachen kennen Und mich dann bei Werf Millionär die Millionenfrage beantworten kann Dieses Spiel Von dem es ein Remake gab Ne Kam das Nach 2000 raus Ja War das erfolgreich Ja Weltweit Ja Also Ja Bram Meinst du auch Ja Also auf jeden Fall Auf jeden Fall Also da ist Also Unangefrochtes Unangefrochtes Nein Kann sogar Bram beantworten Bram kennt das Spiel auch Kannst du gar nicht für mich beantworten Hielt das Spiel In der heutigen Zeit Oder in der Zeit wo es erschienen ist So Würde sagen ja Ja Okay Boah das war jetzt eigentlich hier schon Kann man ein bisschen zusammenrechnen War das ein Singleplayer Spiel Ja Also Gab es Ja es war ein Singleplayer Spiel Gab es das auch für Konsolen Ja Gab es das auch für den PC Ne Nice Okay Ich war ein Bestseller Also ich bin Ein Triple A Spiel In dem Triple A Spiel Oder Äh Ja Warte mal Also Ja Aber was ist Triple A Also es ist halt Weltbekannt Es war mal Triple A Ja Okay Welche verkackte Marke War mal Weltbekannt Und mittlerweile Wohl Auf dem absteigenden Ast Und ich bin der Hauptdarsteller davon Ja ich bin ein Shooter Gibt Aliens Wie viele Spiele denn mit Aliens Geben denn noch Geben denn Duke Nukem Aliens Boah keine Ahnung Ist der erste Teil von Duke Nukem Kein 3D Shooter gewesen Hast du den ersten Teil Nicht Duke Nukem 3D Gute Frage Ah ich frag trotzdem Glaub ich Wobei ich könnte anders fragen Bin ich blond Ja Das hat mir jetzt nicht so viel gebracht Wie ich da Jetzt könnte ich ja immer noch Duke Nukem sagen Aber Duke Nukem Ganz ehrlich Boah Okay Bin ich Äh Ja gut Darauf geschissen Komme ich aus der Reihe Komme ich in der Reihe Duke Nukem vor Ja Ja leg mich doch am Arsch Ich komm tatsächlich in der Reihe von Duke Nukem vor Das erste Spiel von Duke Nukem War nicht Duke Nukem 3D Ich dachte immer Das wäre Duke Nukem 3D gewesen Nee Davon gibt es mehr als 3 Teile Ich dachte immer In einen Teil gemacht Danach gibt es irgendwie 35 Jahre Entwicklungszeit Bis zum nächsten Boah Ja dann Äh Gut Bin ich der Duke selbst Ja Boah Gott sei Dank Du kannst sogar Irgendwie auch mal Ein Wikipedia Artikel durchlesen Also das erste Duke Nukem Ist halt Äh 2D Sidescroller Äh Dann gab es noch Duke Nukem 2 Und dann kam erst Duke Nukem 3D Ist ja krass Ja gut Ich habe mich mit der Reihe Echt nie so beschäftigt Und dann halt Dann gab es halt irgendwann Okay Okay Kommen wir zu mir zurück Reden wir bei mir Bei den Spielen Du bist Du bist Über die Uncharted Reihe Ja Ja Noll Nice Okay Das Problem das ich jetzt tatsächlich habe Ist dass Äh Ich nicht weiß Wer das sein könnte Weil ich nicht weiß Mit wem Nathan Greig Verwandt ist Leider Das ist halt Moment Also hast du Weißt du den Namen nicht mehr Ne Ich weiß auch nicht Wer das generell ist Und wer das Du musst bedenken Die Spiele Das ich die gespielt habe Dich sehr sehr weit zurück Ich kann mich an die Story Null erinnern Ich habe keine Ahnung Worum es geht Wer was ist Und so weiter und so fort Deswegen Dachte da du das Let's Played hast Müsstest du wenigstens Die Story davon Ich habe nur den dritten Teil Let's Played Aber du hast die anderen Spiele Ja gespielt Ja vor Als die rausgekommen sind Und den dritten Teil geht es Tatsächlich darum Ja aber Wie lange ist das jetzt schon wieder her 2011 Auch schon vier Jahre Okay da der der Name Ha ich wusste Da der der Name halt nicht mehr einfällt Muss ich aufgeben Tut mir leid Ich weiß es leider wirklich nicht Geht's ja nicht Du bist Sir Francis Drake Okay Wer ist denn das so Ist der Pirat gewesen Keine Sau Der Pirat der die ganzen Ja pass auf Du bist Nathan Drake Wer ist der Verwandte Von Alter Okay ich will jetzt nicht die Story Das ist ja die Story Die ganze Story Die da mit da zusammenhängt Alter okay gut Davon muss ich ausgehen Dass du so ein Spieler kennst Okay Dann kann ich natürlich da auch nichts für Dann werde ich in Zukunft Halt etwas netteres nehmen Aber ich bin echt davon ausgegangen Dass du die hundertprozentig kennst Ich hab den Namen noch nie gehört Ich hab den Namen definitiv gehört Aber ich wusste beispielsweise nicht Dass er Pirat war Oder generell was der gemacht hat Ja gut Tja Wir haben es vorgewusst meine Damen und Herren Ja Der hat einen Motherfucker ausgewählt Weil er salty war Macht aber nichts Die anderen beiden waren ganz cool Könnt ihr in die Kommentare schreiben Ob ihr Francis Drake gekannt hättet Die Leute die Uncharted gespielt haben Müssen das kennen Und das Spaß Ja die haben den Namen bestimmt schon mal gehört Ja das kann sein Selbst wenn du über die Gamescom läufst Und fragst wer heißt Francis Drake Kann dir das vielleicht einer von tausend sagen Okay Geht doch keine Sau ey Den so nebencharakter Uncharted Was die wahrscheinlich sagen können ist Ja Der hat irgendwas mit Nathan Drake zu tun Aber darüber hinaus wird glaube ich schwierig Vor allem den Namen Bei dir hängt der jetzt natürlich noch Voll im Gedächtnis Weil der erst irgendwie vor zwei Wochen Uncharted 1 gespielt hat Aber Sachen die man nicht behält Kranker Scheiß Kranker kranker Scheiß Ich hoffe wir hoffen Natürlich trotzdem hat er ein bisschen Spaß Ging auch wieder eine Stunde acht die Folge Oder irgendwer zumindest Wir werden uns dann vielmals fürs Zuschauen Und haut rein Tschüss Ciao